Hallo, hier ist wieder die Christine von der Maike Droste Academy und der Abnehm Challenge, die mittlerweile abgeschlossen ist. Ja, ich habe durch Maikes Unterstützung und Hilfe eine ganze Bauchrolle verloren, was mich sehr freut und sehr stolz macht. Ja, mein ganzer Körper hat sich verändert. Ich habe 14 cm unter der Brust verloren, 10 cm am Bauch, 8 cm am Po, 5 cm am Oberschenkel, 2 cm am Oberarm und das Ganze bei in Anführungsstrichen nur 5,1 Kilo. Das heißt für mich, ich habe ordentlich Muskelmasse aufgebaut und ja, das zeigt auch, ich habe meinen Sport wieder in mein Leben integriert und möchte das auch so beibehalten, merke wie gut es mir tut. Und ja, habe auch viel über mein Ernährungsverhalten gelernt, was mir gar nicht so bewusst war und habe da auch einiges an Erkenntnissen dazu gefunden und ja, kann meine Ernährung, da ist noch etwas Optimierungsbedarf und kann das jetzt angehen. Und dank Maikes Unterstützung bin ich da guter Dinge, dass es mit meinem Gewicht weiter nach unten geht und mein Körper sich weiterhin noch sehr verändern wird dieses Jahr. Da freue ich mich auch auf die gemeinsame Zeit mit ihr. Und ja, ich bin gespannt, wie ist es bei euch gelaufen. Ich freue mich von euch zu lesen, ob ihr auch euren Körper verändern konntet in der Zeit. Ich hoffe doch und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Dass wir alle unsere Ziele erreichen. Bis dann. Tschüss.